das kopf 500 lehmer da teleportieren und so ein scheiß ja hinten ist auch noch einer gewissen nehmen es wieder schlecht mit dem ninja dicker geht das durch teleportieren kannst ja verdoppeln ja nicht und teleportieren da bist du kommst du stirbst du näherst auf den sack was das gut ninja der gar ob es nicht aufs spiel geflogen verwunderlich eigentlich normalerweise macht er auch problem mit den ninja digga normalerweise noch mal jetzt shift rechtsklick oder links klick mache ich nicht mache nicht das was du sagst mit irgendein kannst du dich teleportieren ja ich mache jetzt nichts sonst hänge gegen eine wand und dann verregt ich mir da mal nein kannst du oft genug einfach den hintereinander drücken mit dem video ja auch schlecht falsch gesetzt das schule x projekt wenn alles kaputt gemacht hat aber keiner gemerkt und zumindest kam von niemandem was so extrem gemein das war extrem gemein oder ist ja noch einmal ein ausgeblich in der gerechtigkeit ich habe lange weil ich weiß wie was man sollen da kommt sache ich habe heute nix geschafft aber nicht gelber nicht kenn ich ganz genau nicht kurazione unter wasser oder kraft stirbst du wasser tank ich spreng gleich das schiff von man geht ja hier nicht um eine blöde spinne das können wir so lassen hier noch einen schönen weg hin jetzt kommt die ganze zeit von den die gestorben das holz wollen nicht dass du daran wollen nicht ja nicht jetzt kommt sie hin ein haarbringer ja mehr als holz 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 hier einen dauerndes knopf und tot nicht schlecht war der denn ja noch so schlecht wie du das war jetzt schlecht von dir nein doch nein doch nein jetzt sag mal mal an ob es noch verschiedene farbiges glas gibt meine ahnung glas glas das kenne ich ja in der meinung ja ja leidst den glas aber ich weiß wie das glas plus irgendeine farbe mal dadurch gucken kann äh ach so jetzt ha 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 war ich nicht weil ich nicht weil ich nicht weil ich nicht weil ich nicht in meinen schönen bahn fliegt tschüss tschüss bom tschüss drop lap dass das ah amWow dass das 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 ja so letztlich ist meine euch alle gegenseitig ablitt um seid die nahrung glaubt gut ein mensch der worteste ich merke davon zumindest gar nicht die ganze zeit tot auf einmal jetzt merke ich das grad bist du wieder nett da jetzt brennt er hat einfach verpistig durchgedreht heute drückt sich auf die julia hat das eben zuerst nicht geschafft hast du da hast du da nicht richtig an oder ich die eingestellt da würdest du jetzt sehen wo ich gar nicht sehen nur egal jetzt nur umbringen ich sehe es in den augen ist auch heute noch da bist du wieder das kommt der keller keller sache her ist heute durchgedreht ist auch ninja der die 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 zeige haben ich damit ich auch nicht hi cheater was ist ein cheater du hast sogar teleportiert das wirklich gesehen cheater und ich das machst eigentlich bei mir ich teleportierst du dich endlich mal zu mir gar nicht mach gar nix nein nee mach gar nix du auch guck mal das entzieht leben du arschgeige das sind dark stuff hm du bist schon schlecht du weißt dass ich einfach wegfliegen kann ne mit dem wind stuff ja ups weißt dass du das machen kannst ich will noch kein jazzzimmer nein nein weißt wie lange das dauert bis ich die bude richtig eingerichtet hab das ding denn hin das die schallplatte ne das teil eben abgebaut weg keine ahnung hast du das vielleicht eingesammelt nein einmal mit profis arbeiten nein da kriegt man den profi hast du gerade losgeschickt doch machst du denn da eigentlich sagt das ist der wort das ist der vogel als ich bin blöd getroffen ich hoffe das ist nur blödsinn ich weiß doch zeit meine gott hast du schon mal sandwurm fliegen sehen also schon mal einfach mal was sinnvolles wieder heute noch nicht sämtliche aufnahmen nein auch nicht aber nicht was machen wir heute in aufnahmen ja ich mach das fertig was kommt raus gar nichts lasst den scheiß doch mensch schon wieder gesagt hast du mir auch irgendwann mal zu nein gesagt wozu sollen wir zuhören als vielleicht mal wichtig ist was produktives und nicht nur scheiße zu machen oder ich im sneaky modus bin und nicht sowieso weg kann welchen jetpack also ist das schon schlecht von dir ja gerade die sandwürmer und so leid ihr verreckt wird aber gar nicht leid unglaublich ein unglaublich finde ich auch einmal mit profis arbeiten aber nicht dann hat man centus schlimmer ist es für mich fliegt die ganze rotze die du nicht aufhebst mir wieder entgegen hast du jetzt bekommen oder was was naja irgendwelche scheiße von dem sandwurm also das mal komisch dass der spieler mit einem weg ist aber da geht doch nicht kaputt oder wenn sie so rum wird alter mann aber nur so haben eigentlich schon die nachricht wo sie nicht dann habe ich nicht nur mal so haben schon eine stunde wieder ja